Wir starten einen neuen Monat und zwar in den März 2023. Auch hier werden wieder einige Steuertermine fällig, die du beachten sollst. Ganz klassisch im März immer auch direkt die erste Vorauszahlung für das Veranlagungsjahr 2023. Bedeutet an der Stelle hier Einkommensteuer, dann natürlich Körperschaftsteuer, Soli und Kirchensteuer als Vorauszahlungen für das Jahr 2023, das erste Quartal. Zusätzlich wie immer auch die Lohnsteuer bzw. die Kirchensteuer, wenn du Arbeitnehmer hast. Denn da muss ja auch die Lohnsteuer für die Arbeitnehmer hier für Februar 2023 vorausgezahlt werden. Und zusätzlich dann noch die Umsatzsteuer, wenn du hier umsatzsteuerpflichtige Umsätze hast. Hier dann natürlich der Januar 2023, wenn du eine Dauerfristverlängerung hast. Und wenn du keine Dauerfristverlängerung hast, dann am 10. März der Februar 2023. Zudem am 27. März gleich die SV-Beiträge. Hier die Meldung und die zusammenfassende Meldung, wenn du internationale Sachverhalte hast. Und am 29. März 2023 dann die Zahlung der SV-Beiträge. Ach übrigens, auf steuer-me-kauf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1 zu 1 Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern. Und du weißt ja, Steuern. Vielen Dank.